Machen wir es kurz. Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name ist ein kurzer Zwischentitel im Yakuza-beziehungsweise Like a Dragon-Universum. Hauptfigur Kazuma Kiryu versucht, wie so oft, dem Yakuza-Leben zu entfliehen. Dieses Mal arbeitet er als Agent für eine geheime Organisation, die ihm hilft, seinen Tod vorzutauschen. Doch dieser Deckmantel hält nicht lange und Kiryu findet sich eben mal wieder in einem Band in den Krieg wieder. Das Besondere an diesem Titel ist, dass er sehr kurzweilig sein soll, schnell mit eben Recycling von Elementen aus vielen anderen Titeln produziert wurde und man wirklich in dem Universum drin sein muss, um die Handlung zu verstehen. Ähm, Gaiden spielt parallel zum siebten Teil der Hauptreihe, Yakuza Like a Dragon und man muss das Remake des ersten Teils, Yakuza Kiwami und vor allem Teil 3 bis 5 noch kennen, um das Ende möglichst gut erfassen zu können. Der Grund, warum ich mich nicht lange mit der Review für Gaiden aufhalten will, ist, weil es wirklich ein kleines Spiel für zwischendurch war, ähm, es mich nur okay unterhalten hat und ich mir nicht sicher bin, was es wirklich für die zukünftige Handlung der Reihe bietet. Ähm, also dass, 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 dass Gaiden viel in seinem Spielablauf recycelt, finde ich nicht mehr schlimm, nur dass das Spiel an sich wieder recht viel bietet, obwohl es kürzer ist. Und im Vergleich zu den Content-Monstern, der anderen Teil der Serie, fällt es hier aber besonders negativ auf, wie viel recycelt wurde, weil es auf dieselbe gleiche, also weil es auf dieselbe Art und Weise in den Kämpfen wiederverwendet wurde. Ähm, die, die Spielstruktur funktioniert nämlich so, ihr folgt erstmal lange der Handlung, habt eine kurze Gameplay-Sekance, dann folgt wieder Dialoge und Sequenzen, die halt etwas lange gehen. Und, ähm, das wechselt sich am Anfang immer wieder ab, bis ihr in die eigentliche Spielwelt ein, ein, ein kleines Viertel wieder entlassen werdet, um für ein Netzwerk Aufgaben zu erledigen. Und hier glänzt Gaiden wieder mit witzigen Nebengeschichten, ähm, wie für die Serie üblich, laufen auf den Straßen alle möglichen Gegner herum und machen euch dumm an. Ähm, die Kämpfe bestehen wieder aus Echtzeit-Prügeleien und sind wieder absolut übertrieben in ihrer Präsentation und dem Gewaltgrad, wie man Leuten halt wirklich die Kimme poliert, auf den über den Asphalt jagt, durch die Luft wirbelt. Also ihr kennt das mal hoffentlich. Und, ähm, Kiryo hat jetzt zwei Kampfstile, seinen alten Kampfstil und seinen Agentenkampfstil. Der alte Kampfstil ist der langsamere, mit kräftigeren Schlägen, während der Agentenkampfstil agiler ist, ähm, eine höhere Reichweite besitzt und man spezifische Gadgets benutzen kann. Insbesondere eine neue Uhr, die wie bei Spider-Man, ähm, mit so einem, mit so einem geschossenen Faden Gegenstände und Gegner heranziehen kann. Ähm, das sorgt auch für eine weitere süchtig machende Mechanik, nämlich gibt es überall in der Spielwelt neu spawnende Items in Form von Koffern, in griffweit, weit auf eurer Höhe. Und gleichzeitig gibt es Items in der Stadt verteilt auf höheren Ebenen, die man eben nur mit dieser Fadenschussuhr heranziehen kann. Das heißt, man läuft da rum und schaut aber, oh, wo kann ich was mitnehmen? Hier unten? Nein, da oben? Oh! Ähm, die, die, die Elemente, die halt oben spawnen, die sind halt nicht, die, die spawnen nicht, die sind halt gesetzt. Aber besonders am Anfang, wenn man irgendwo langläuft, macht es riesig Spaß, die einzusammeln. Und das klingt jetzt alles geil und das ist es für die ersten Momente auch. Aber gleichzeitig ist sehr viel heruntergedampft worden in diesem Spiel, ähm, was am Ende der Spiellänge auch nicht gerecht wird. So erwähnte ich bereits, dass man für ein Netzwerk Aufgaben erledigt und dort die Nebenaufgaben glänzen. Diese Nebenaufgaben sind aber nicht rein optional, da man durch das Erfüllen von Aufgaben, wie eben die richtigen Sidequests, es gibt auch Kampf und, ähm, einfache Itembeschaffungsquests, ähm, durch die erhält man alle Punkte und man steigt in einem Rang auf, ähm, innerhalb dieses Netzwerkes. Und, ähm, es tut mir jetzt leid, ich bin mir nicht mehr ganz zu 100 pro sicher, aber ich meine, an zwei oder drei Stellen war es in der Handlung, wo man erst ein paar Aufgaben erledigt haben muss und einen bestimmten Rang erreicht haben muss, damit es in der Haupthandlung weitergeht. Und das ist eben nicht nur bei diesem Netzwerk der Fall, wo das gilt, sondern irgendwo im Spiel, ähm, schaltet man auch so ein fanziges Kolosseum frei, das man, das man besuchen kann, ähm, wo es innerhalb dieses Kolosseums verschiedene Kämpfe gibt, auf Zeit oder unter verschiedenen Vorgaben. Es wird auch eine sehr witzige, ähm, Mechanik eingeführt, dass man Kämpfe im Team bestreiten kann, ähm, bei bestimmten Matches und man kann diese Teams aus NPCs rekrutieren und auch ein bisschen leveln. Doch auch hier, ähm, gibt es nicht einfach nur einen Storyabschnitt, wo man sich durch die Arena kämpft, was ja nicht so schlimm wäre, das gab es ja schon ein paar Mal in der Serie. Und hier, mein Problem ist, dieses Kolosseum hat nochmal zusätzlich ein eigenes Rankingsystem, was an sich auch nicht so schlimm ist, aber man muss auch hier einen bestimmten Rang erspielen, bevor es in der Handlung weitergeht. Und diese Stopper einfach, die haben mir wirklich den Spaß geraubt. Und ich hatte hier wirklich das Gefühl, dass einfach Spielzeitstreckung mitstreben wird und ich eben nicht diese Freiheit habe, die ich in dieser Serie so genieße, dass ich mir eben frei einteilen kann. Wann mache ich die Hauptstory weiter und wann mache ich die Nebenaufgaben? Denn ich bin wirklich jemand, der gerne den optionalen Kram in Yakuza bzw. Like a Dragon macht, aber in meinem eigenen Rhythmus. Und das ist mir wirklich wichtig, dass ich mir das selbst aussuchen und einteilen kann. Das ist wichtig für den Spielspaß in meinen Augen. Und was das Ganze noch verschärft hat, ist, dass die Bosskämpfe, egal ob die Bosse in der Story oder optional auftreten, die laufen fast immer nach dem exakt selben Schema ab. Also ich hau den Boss so lange seine Health Bar runter, bis er bei seiner letzten Lebensleiste angekommen ist, in den Need-Modus kommt und dann einen Spezialangriff starten will. Und das immer wieder, sehr häufig, gerade bei den Nebenbossen, passiert eben auf dieselbe Art und Weise. Und auch das ist sehr traurig, weil die Feinheiten im Kampfsystem, die sind hier wirklich ausgebaut worden, dass man sie auch wirklich nutzen muss. Also ich habe zum Beispiel die meisten Gegner mit dem alten Yakuza-Kampfstil bekämpft, weil der hat einfach mehr Schaden gemacht. Und hin und wieder hatte ich aber Story-Bosse, wo es mir passiert ist, dass ich den Gegner nicht treffen konnte. Das heißt, ich war gezwungen, zu dem schnelleren Agenten-Stil zu wechseln, der eine höhere Reichweite hat und auch, wo ich nur diese Netzschussuhr verwenden kann, um den Gegner dann zum Beispiel an mich heranzuziehen oder bestimmte Waffen heranzuziehen. Und das ist an sich cool gewesen für den Moment. Aber auch diese Netzschussuhr zum Beispiel, die verliert sehr viel an Witz, gerade eben wegen diesem hohen Grad an Repetition. Und ebenfalls waren die Angriffe im Heat-Mode der Gegner besonders, weil irgendwann haben sie halt besonders starke Angriffe aufgeladen, die, wenn ich sie im richtigen Moment blockte, mit einem mächtigen Konter ... Ich konnte mit einem mächtigen Konter auf ihre Angriffe antworten, wenn ich den rechtzeitig geblockt habe, und dann großen Schaden austeilen. Und es gibt im Spiel sogar einen Boss, den man mehrmals bekämpfen muss im Verlauf des Spieles, der verlangt, dass man ihn halt wirklich kontert. Und an sich ist das super, dass ich gezwungen werde, wirklich meine Stile und Kampfstrategie zu wechseln, dass es eben nicht repetitiv wird. Aber genau das läuft immer nach demselben Schema ab. Denn auch dieser eine besondere Boss, den man kontern muss oder zumindest wirklich kontern sollte, tritt, wie ich bereits sagte, wie auch viele andere Bosse tatsächlich, immer wieder auf in mehreren Bosskämpfen. Und auch viele optionale Bosse scheinen das gleiche Grundsystem abzulaufen, mit häufig den gleichen Attacken, mit dem gleichen Timing der Attacken, mit dem gleichen Punkt, wo sie in diesen Heat-Mode kommen und dann ihre Spezialattacke aufladen und auch dieselben Animationen verwenden. Und einfach alles in diesem Spiel wird durch diese Repetition und durch dieses Recycling verwässert. Und wie gesagt, ich mache gerne die optionalen Kram, die optionalen Sachen, aber nicht, wenn sich die Kämpfe so gleich anfühlen. Ebenfalls gibt es auch viel weniger Items, es gibt viel weniger Läden, viel weniger Aktivitäten. Und an sich wäre das alles okay. Ich habe an sich auch kein Problem mit den vielen recycelten Elementen. Das Problem ist nur, dass zu viel aus diesen recycelten Elementen gebaut wurde, was ich in denselben wiederkehrenden Formen machen muss, damit das Spiel weitergeht. Und das in meinen Augen deutlich schneller hätte erzählt werden können, wenn es eben nicht diese ganzen Sachen dazwischen streut. Also wäre nicht so schlimm gewesen, ganz kurzes Yakuza. Hätte ich wirklich nicht schlimm gefunden, noch kürzer als das. Denn insgesamt, ich habe es ja schon gesagt, hat mir dieser Titel nicht viel gegeben. Die Handlung fand ich als Riesenfan der Serie enttäuschend. Nach hinten hin wird das Spiel immer entspannender, weil es actionreicher wird. Das Spiel gipfelt in einem bombastisch emotionalen Finale. Und doch musste ich mich schon teils durchquälen. Und ich habe einfach das Gefühl, diesen Titel muss man einfach nicht spielen. Abgesehen davon, dass man jetzt kein Spiel wirklich spielen muss. Aber ich meine, wenn man Fan ist und die Handlung verfolgt. Ich respektiere jedoch, dass das Like a Dragon Team wieder ein Experiment gewagt hat. Und ich hoffe, es bleibt bei diesem einmaligen Versuch, wenn man wieder so einen kurzen, aber gestreckten Titel anstreben will. Macht doch lieber, wie ich bereits sagte, kürzere Titel. Also Experimente kennt man ja aus der Serie schon allein mit Kenzan, dass sie nie rausgekommen ist. Oder mit Isshin, was ja auch ein Experiment war. Ich bin gespannt, ob, wie gesagt, ob Guiden wirklich wichtig für den achten Teil der Reihe, Infinite Wealth wird. Ich bezweifle es einfach. Und ich will hier auch ganz kurz über einige technische Aspekte sprechen. Denn irgendwie hat mich massiv gestört, wie dunkel das gesamte Spiel war. Und dabei habe ich sogar die Helligkeit um eine Stufe in den Optionen erhöht. Und es würde mich nicht wundern, wenn es anderen genauso geht. Ich muss auch sagen, manchmal klangen die Sound-Samples nicht so gut. Gerade beim Kolosseum und dem merkwürdig im Hintergrund fortlaufenden, also im Hintergrund laufenden Feuerwerk, das man hört, ist mir aufgefallen, dass dieses Poppen, das hat sich nicht gut angehört. Und ich dachte manchmal, das sei ein Fehler irgendwo anders im Sound-System des Spiels. An sich, das Kolosseum sieht aber absolut beeindruckend aus. Trotzdessen, und das hat mich sehr positiv überrascht, wie stabil Guiden lief. Denn Guiden sieht auf der PS4, wo ich es mit meiner alten PS4 nicht Pro gespielt habe, etwas schlechter aus als die Serientitel. Und mir ist das vor allem beim Detail gerade von bestimmten Sachen aufgefallen. Also die Botanik in den Leveln, die Autos und auch einige Gegner, die sehen nicht so gut aus. Die sehen nicht so detailliert aus. Und das nehme ich dem Spiel aber auch nicht übel, weil Guiden lief absolut flüssig. Und das betone ich, weil Lost Judgment und Yakuza 6 mit all ihren Effekten in den Kämpfen meine PS4 wirklich an ihre Grenzen gebracht hat. Also, ihre Grenzen gebracht haben. Und ich will das wirklich erwähnen, weil trotz meiner Kritik an Guiden, ich schätze es sehr, dass hier scheinbar nochmal wirklich das Spiel für die alte PS4 optimiert wurde. Dass man wirklich nochmal scheinbar geguckt hat und gesagt hat, okay, das muss doch auch dieses System besser laufen, nicht wie bei den anderen beiden Titeln. Und das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Das Video ist jetzt doch nicht so kurz geworden. Ich musste einfach meinen Frust wegen Guiden abladen, von dem ich hoffe, dass wir nie wieder so ein Spiel in der Serie sehen werden. Ansonsten gerne kürzere Spiele und eine Streckung, Sega. Und ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.